Nein, aber die Wellen werden immer stärker und wenn du da eine Welle überlebt hast, starten wir alle neu, es gibt 10 Wellen, es gibt auch richtig Kohle, am Ende, die haben über 30 oder 40 Pausen. Ich hatte schon mal einen Probeweise erstellt, der war aber ein bisschen zu konterbunt, den erstelle ich nochmal neu. Kannst du auch vergessen, mein Freund, diesmal, wie gesagt, ah, okay, das ist eine, ah, cool, ich wollte gerade sagen, dir das Bitch. Kannst du gerne probieren? So, wo kommen die Gegner? 64, 64, 69. Wir haben hier richtig eine geile Burg, das finde ich geil. Wo sind sie denn? Ah, da unten, Spruchlafen. Wow, klar, die kommen natürlich von hinten. Kennst du doch. Du bist doch die Frau, das ist doch dein Part. Hast du nicht gemeint, oder was? Kann man ja machen, wie du mit der scheiß Panzerfaust? Nö, das ist viel zu lustig. Ja. Ich kümmere mich um vorne. Kevin macht meistens von hinten. Bei dir nur. Ich kümmere mich um die Seite. Hey Kevin. Hey. Ah, ich wusste doch, dass ich einen Überlebenskampf mit drin hatte, weil du die Spielliste von Anfang an nur für vier Spiele ausgelegt. Da hat er der Kopf von da vorne irgendwo von der Straßenecke. Weil ich die erstellt habe, da war er das mit Sven und Pichu noch nicht. Ja. Stimmt, wenn da eins auch nötig ist. Die sind uns ja zugelaufen. Auch ein bisschen Muni besorgen. Ich habe noch genug. Biele Schuhe in der Luft hängt. Schuhe. Schuhe. Ich wollte mich eigentlich, dass ich nicht drauf anspricht, ganz freundlicher Charakter. Ja, ihr wisst schon, was das mit den Schuhen auf sich hat, oder? Kennt ihr das? Ja. Ich selber war da. Die Henker, ja, ja, auf dem Telefonleitung. Ja. Das ist irgendwas mit den Gewaltverbrechen. War doch nicht irgendwie was in die Richtung. Ja, wenn aus der Gang, glaube ich, jemand gestorben ist, war das, glaube ich, irgendwie sowas. Ja. Macht ihr noch von euch vorne, oder wie ist das? Ja, ja. Ja, ich bin dabei. Kev King hat über zwei Minuten ich habe den Überlebungskampf teilgenommen. Das halte ich für Gerüchte. Ich habe schon zwei Kills. Doch so viele. Ja, ja. Ja, hier gibt er ja alles weg. Ich bin da hinten noch, komm. Ja, ja, ich bin dabei. Dieser Raketen. Auf, ja, mein. Hier brennt einfach mal alles. Ich befehl' Gott, du alles vorgemacht. Vor allem ist es ein Schritt. Was? Ja, du hast es hier brennt einfach mal alles. Ach Gott. Oh, jetzt stand ich auf den Schlauch. Das hat gerade gedacht. Jetzt kamen wir an, ja? Jetzt kamen wir an. Ja, wir sind hier. Sag mal, kriegt ihr den Ehen jetzt noch, oder nie? Da kommt Auto. Na, lass es da kommen. Ich fahre wieder. Ein? Das sind drei. Ach, Leute, noch Leute. Haut ab, wir sind jetzt die Grove Street. Junge, da hat man eine Mama beleidigt. Sau, gestoppt. Boah, ein Junge, ich bin hier. Da kommt noch ein Rekrechen. Habt ihr eigentlich schon die Videos gesehen? So total verkorksten Remastered Version von Teil 3, 4 und 5? Nö. Also GTA 3, Weiß-City und Andreas Alter. Ach, hier, da ist ja, da hat so was gelesen. Der Regen sieht einfach aus wie verdoppelte Grafiken, die einfach nur von oben nach unten runter scrollen. Du kannst irgendwie, wenn du bei GTA 3, wenn du das Auto hin und her wackelst, dann fahren. Dann wird es immer breiter und breiter, weil es verdüncht ist. Totaler Müll. Ich hatte mich so drauf gefreut und jetzt hörst du nur so was. Oh, Heli wurde schon gut. Ja, dafür sind Racken ja eigentlich gut. Kevin, machst du mal hinten? Du kennst dich am besten von hinten aus. Die Tiere. Halt die Fresse. Du kriegst das hin, aber brauchst du Hilfe. Ich bin schon groß, ich kann es alleine. Er macht es nicht meistens alleine. Alter, ja, kein Wunder. Das hatte ich für Gerüchte. Ach, Kevin. Alles gut, ich verstehe schon Spaß. Ich weiß ja, dass das so Spaß ist. Na ja, alles was schon. Ach, da rutschstelle ich. Ja, du kommst auf dem Winkel nicht mehr hin, das ist das Problem. Ich hasse das immer, wenn der da nicht drüber kommt über die Mauer beim Zielen. Wie viel werden gibt es denn eigentlich? Zehn. Zehn insgesamt. Zehn. Zehn nur? Die werden ja immer stärker, aber da hast du, glaube ich, 3 oder 4 Helis. Ein Kipps und sich, glaube ich. Man merkt aber, dass der die Standardwaffenauswahl für die gedropten Waffen ausgewählt hat. Puh. 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 Ich habe Glück oben. Damit kettet sich das für den Aus. Ich war auch angeschlossen. Puh. 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 ich brauche auf alle fälle heilung und westen ja wenn wir was mit das mal kennst du da steht er auf kaum ich glaube ich bin nicht sterben doch jetzt ich weiß jetzt ich muss jetzt hier hoch und das macht ich habe nicht wirklich aber die wester schon wieder weg mother fucker also da kommen die ganze menge von der anderen seite ich gehe darüber weil ich versuche hoch zu kommen gibt noch mal steuerschutz bitte ja ja von der seite ist nichts weil ich bin von der anderen seite ran weiß wenn du hast baby ich habe wenn ich noch ein gehabt aber die gefühlt hat sich doch ein bisschen einfacher als das gott in der kette maßlos das macht er öfters mal der kleine laus buch jetzt jetzt wird man nur noch pistolen was du da für ein schrott ja eigentlich müsste man das andersrum machen von kleinen machen zu größeren ja die kriegen auch weitere waffen die werden immer stärker die gegner gegen das kommt machen sie wird alle gestorben die 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 ich habe noch welche doch ich habe nur eine normale hier ist was los ja diese gerade auf einmal ich bin tot das war einfach zu viel kevin halte ich noch snack und was ja warte die hälfte die wand ja das war ja auch hier von hinten kommen sie ich habe ja von vorne habe ich auch noch genug aber noch ein paar hier hat ein riko scheint bei dem spiel ganz gut zu sein das geht jetzt nicht alle die ganzen wir können keine raketen nachmunden die ganzen helis werden dann echt ab ja gut wir sind jetzt hier mal eine ganze menge noch mal gewesen da ist immer noch einer der stadt sich hier noch mal 23 auf der anderen seite sind noch zwei kapitieren riko so noch zwei minuten in der eck ist noch einer oder gewinnen zurück 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 die an der cc habe ich jetzt komme ich zurück hinterm zauber gucken wo ist jetzt kommt auch rüber jetzt hoch da muss auch einer sein die ganze gruppe die da stand wir wollten deine kids wissen kämpf nicht dein geistiges alter dann die kuh wissen wollten wenn ich null gesagt aber ich habe mal in der weste die brauchst du wahrscheinlich auch ich habe keine weste gefunden jetzt so welche 8 geht es direkt wieder ab hier ja wie soll ich den biller 8 mittlerweile wir halten noch mehr aus jetzt ja klar der baum geht nicht in flammen aber nicht wegen mir jetzt nee ich sterbe meine das funktioniert nicht gut versteckt sich dahin auch andere seite an oder andere leute oder alter ich brauche mir oben ich glaube das war unsere letzte welle alter hier geht's wieder ab Ich glaube hier noch die zwei da, ne? Ich war wohl doch nicht unsere letzte Welle. Leute, ich schwitze. Ja, wir haben noch zwei. Ich habe keine Westen mehr, ey. Ja, Mensch, jetzt geht doch mal hier, du blöde Eule, du blöde Zippe, los jetzt, blöde. So, Leben aufgefüllt, jetzt muss ich aber ganz schnell nach oben, scheiße. Gehst du mal runter? Oh, da war die West jetzt absolut für den Ausstrich. Jetzt habe ich Silvester. Hahahaha. 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 Mach die überhaupt Schaden, ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, wofür macht sie nicht? Ich glaube, die brennt, verbrennt. Ja, die brennen also. Ah, hier sind die Granaten, okay. Ich dachte, die kommen alle aus der Ecke da hinten. Hahahaha. Hahahaha. Jungen, ich will die ganze Zeit noch neben mir übel zu Blutspritzen. Hahahaha. Das muss wenns Grab da sein. dramatic hat die halb der Woche. jetzt ist baby ja nicht da jetzt kann man jetzt muss man erhalten das hat jetzt auch erst verstanden es hat aber auch gedauert jetzt bei dir ja ich muss überlegen in welcher verbindung das mit charakter zu tun hat aber also die haben alle mit ganz es muss in der ganz schön reiche gang sein dass die sich alle mini-gans leisten können in gestohlen hat ein asser bart da muss immer noch einer stehen letzte welle letzte stelle guck mal da kann man das blande verlöcheln du hast ein schlechtes benehmen ich dachte ihr frau schien auf bett boys auf bett boys genau bett boys genau lach und bett geschichten was wir alle nur von hinten kommen doch ich habe null mühzünder wo ich ja schon damit die ganz ich gehe mal spazieren das war ein bisschen zu früh abhin Wir nehmen euch aus und aus, solche Schweine! Ich glaube, aufhören wir die Kills jedes Mal zu klauen, das ist doch belastend hier, was ihr macht. Gib zu, dass du nicht kannst. Markus, deine Arbeit kürzt mich an. Meine was? Ich schieße auf die Leute. Gib die Rückendeckung, Marco. Hier, fang! Geil, Leute, wir haben es geschafft. Die haben alle die Kills geklaut, ich schieße über den Haufen und die alle machen letzten. Was? Nix. Dann sind 20. Nein, die sind eigentlich nur 10. Nein. Aber vielleicht sind es ganz, ganz viele. Vielleicht sind die Einstellungen so. Eigentlich sind es 10. Okay. Eigentlich sind es 20, soweit ich weiß. Immer. Nee, es ist gut. Okay, kann eigentlich nicht anders. Naja, machen wir noch mal weiter. Jetzt gibt es wieder von Welle 1 los. Jetzt. Aber die sind das unendlich viele. Kann auch sein, gibt es nicht auch nur Einstellungen, unendlich viele. Vielleicht bis wir sterben. Naja. Aber das sieht auch jetzt gerade gut danach aus, als wenn wir gleich sterben, wenn wir die Punkte da unten so angucken. Mensch. Ey, hörst du mal auf dich an, ich heiße Wand zu stellen, du blöde Zippe? So ein schwanzloses Gesindel, nee. Ich dachte, bei deinem Charakter bist du das? Naja. Naja. Oh Gott, ich krieg nie einen Kill. Ich hab das Gefühl, alle schießen sie drauf. Alter Verwalter, ey. Ich bin tot. Nein. Nei. Ach, hier gewerbar. Aber jetzt hab ich endlich mal munitions. Ja, auch tot. Fuck. Ich hab's alle, ne? Ja, Riko macht so der, der Kette sich damit aus, das ist okay. Ja, der kette sich damit aus, das ist okay. dann hat er innen ein wenig an in der hand sie haben alle es gibt die einzigste waffe mit der ich richtig umgehen kann wenn man mit meiner statistik gehst das ist meine lieblingswaffe die frage ich mir gerade stelle ist ob die mal hochkommen können aber dass sie sich jedes mal treffen ist nervig ich glaube so clever sind die nicht noch nicht so wie die kläden sind die ist noch total das war jetzt knapp ich bin jetzt auf den däckern du hast eigentlich keine chance mehr groß ja ich habe schon jetzt eine weile oben die ganze zeit schon wird in dem kleinen geburt gucken wir noch in ihr macht was nix ok machen ist nix so geht es wirklich so weit wie die welt geht es 20 wellen eigentlich aber trotzdem war die geile runde ach ich muss mal sagen ich muss mich nicht schämen dass jedes mal sterbe weil das habe ich immer nie gemacht n gefahren bin ich ja aber die überlebenskämpfe wenn die level 300 davon über lebenskampf gespielt die sind eigentlich ganz cool es gibt den verarbeitet oder schrotteknochen lieben nicht ganz cool aber jetzt will ich immer alleine macht die der schaff nie gemacht oder überhaupt über lebenskämpfe auf welcher denses im torts auf w w w w w w w w Untertitelung des ZDF, 2020